Also erstmal können wir uns darüber streiten, ob sie die wirklich haben, aber wir lieben diese Zuschreibung. Und es sind ja genau die Klischees, die wir mit Männern und Frauen als Rollenverhalt in Verbindung bringen. Die Männer sind immer großspurig und wollen mächtig sein und alles bestimmen. Stichwort Patriarchat. Und so ist es auch, dass man jede Führungsrolle mit der Bemerkung Narzissmus belegt. Und Frauen sollen die Kompetenz im Emotionalen haben und in Beziehungen herstellen. Und wenn dann Emotionen eine Rolle spielen, wird das immer gerne herausfordernd als Borderline-Persönlichkeitsstörung betitelt. Das trifft natürlich fast nie zu. Nur weil ich mich intensiv auseinandersetze, habe ich zum Beispiel noch keine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wenn ich wirklich unter einer emotional instabilen Persönlichkeit leide, habe ich ständig mit Trennungsverlust und Verlassensängsten zu tun, die es mir kaum möglich machen, irgendwie selbstständig meinen Alltag zu gestalten. Wenn ich als narzisstischer Mann immer mit dem Thema Größe beschäftigt bin, dann bin ich kaum in der Lage, Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen, ohne mir immer die Frage zu stellen, wer ist größer und wer ist stärker. Das heißt also, natürlich sind diese Erkrankungen nicht so weit verbreitet, wie es vielleicht in der Öffentlichkeit transportiert wird, weil alle diese Themen uns in irgendeiner Form beschäftigen und diese Emotionen, also das heißt, jede psychische Problematik beinhaltet Dinge, die wir alle wieder erkennen. Nur das Ausmaß ist immer die entscheidende Frage. Es gab lange den Streit, wenn es um die Psyche ging, Streit zwischen den Lagern, es ist eigentlich alles vererbt oder es wird alles von den Eltern verursacht in der Erziehung, was die psychische Entwicklung angeht. Das Problem an diesem Thema ist, dass wir eigentlich nur begrenzt, also dass wir schon Schwierigkeiten haben zu beschreiben, was die Psyche eigentlich ist, da wir keine objektiven Messwerte haben. Das macht es auch schwer zu beschreiben, wann irgendwas nicht stimmt. Das heißt, das Hauptkriterium dafür ist eher, ob ich irgendwie leide oder nicht. Die Kräfte, die, also wenn wir uns vielleicht einigen, dass die Psyche ein Instrument ist, das dazu da ist, zwischen meinen Notwendigkeiten und Bedürfnissen und den Umgebungsbedingungen zu vermitteln, also ein Anpassungsorgan, dann gibt es verschiedene Eigenschaften, bei denen ein Teil scheinbar sozusagen mit der Biologie mitgegeben wird. Es gibt Hinweise, dass das Grundtemperament, das wir als Menschen haben, da sind Zwillingstudien und andere Dinge dazu gemacht worden, dass das Grundtemperament, ob es mir grundsätzlich leichter fällt, wieder aufzustehen, wenn ich auf die Nase gefallen bin, das Positive zu sehen, eher optimistisch zu sein oder eher pessimistisch, dass diese Dinge schon sehr früh offensichtlich auch in unserer organischen Struktur mit angelegt sein können. Der andere Teil, das, was wir Prägung nennen oder was wir Menschen eher Erziehung nennen, das ist, wenn der Mensch mit seinem noch unfertigen Gehirn und seinem unfertigen Körper auf die Welt kommt und von seinen Erfahrungen, die er macht, von der Resonanz, die er kriegt von anderen, geprägt wird und Verhaltensmuster sich entwickeln, die immer wieder abgerufen werden und die dann das Leben wesentlich mitbestimmen. Und aus diesen beiden Dingen entwickelt sich dann das, was man heute Persönlichkeit nennt. Meine Persönlichkeit zeichnet sich also dadurch aus, auf bestimmte Dinge, auf eine bestimmte Art zu reagieren, emotional wie handlungstechnisch. Und das setzt sich aus diesen verschiedenen Elementen zusammen. Also ich würde immer sagen, wenn man mich fragt, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht deshalb. Es gab einen schönen Versuch, ich glaube, es waren die 60er von einem Team um Rosenthal, die sind an eine amerikanische Schule gegangen und hatten einen Test entwickelt, der die Zukunft der Schüler vorhersagen konnte. Die haben alle Schüler zwei Wochen lang untersucht und haben dann eine Liste gehabt von Schülern, die einen erfolgreichen Abschluss machen, denen die scheitern. Die Schüler durften das natürlich nicht erfahren, den Lehrer wurde das heimlich mitgeteilt. Kurzum, genauso ist es gekommen. Dann wurden die Forscher gefragt, Mensch, ist ja Wahnsinn, was habt ihr denn da untersucht? Das war gar nichts, wir haben nur so getan. Eure Überzeugung als Lehrer, wer erfolgreich sein wird und wer nicht, die ist durchgeschlagen. Ich habe eine Verantwortung als Fachmann oder Fachfrau. Wenn ich eine Diagnose stelle, dann hat die Auswirkung. Und eine depressive Persönlichkeit wünsche ich auch als Diagnose keinem. Offiziell im ICD-10-Katalog gibt es diese Persönlichkeitssteuerung tatsächlich. Aber diese Diagnose zu stellen, ist schwierig. Was es aber meint, ist natürlich das, was ich schon beim Temperament beschrieb, dass letztlich die pessimistische Sichtweise, das in Grübeleien zu versinken und vor allem die Entscheidungsschwierigkeit, ein ganz großes Thema ist die Angst, Entscheidungen zu treffen, weil es könnte die falsche sein. Man könnte jede Entscheidung überdenken. Ich könnte mir zum Beispiel überlegen, den Satz, den ich jetzt gerade sagen will, sollte ich den wirklich sagen, er könnte falsch ankommen, am Ende spreche ich nicht mehr. Das würde man über eine depressiv gefärbte Persönlichkeit sagen können. Aber die Auseinandersetzung mit diesen Verhaltensmustern birgt auch hier die Chance, Dinge zu verändern und anders zu machen. Deshalb würde ich sagen, hoffentlich gibt es keine depressive Persönlichkeit.